Hallo liebe Kolleginnen und Kollegen, mein Name ist Jörg Eckstedt, ich bin Steuerberater im schönen Braunschweig und das schon seit 20 Jahren. Ich habe in Braunschweig zusammen eine Kanzlei mit meiner beruflichen Partnerin, der Ramona Jasko. Und wenn ihr uns finden wollt, googelt einfach mal das Steuerbüro Braunschweig, dann werdet ihr uns finden. Mein Kollegenforum heißt attraktiver Arbeitgeber in der Steuerberaterbranche. Was ist ein attraktiver Arbeitgeber? Wir werden uns unterhalten, wir werden in Austausch gehen über neue Formen der Zusammenarbeit, über Mitarbeitermotivation und wie wir gemeinsam der zukünftigen Komplexität unseres Berufsstandes begegnen. Stichwort Digitalisierung, Stichwort Fachkräftemangel. Wie gehen wir damit in Zukunft gemeinsam um? Und wenn ihr Lust habt, ein Stück rankommen, hier klicken bitte und dann treffen wir uns im Kollegenforum. Bis dann.